Hallo, und hier sind wir wieder bei... ...Tokémon Feuerrot. So, wo wurden wir denn rausgelassen? Achso, soweit ich das gehört habe, munkelt man, gibt es ja ein Aerodactyl. Hallo. Ein Domfossil? Moment, 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 Moment. Domfossil? Ich dachte ja, ein Altbärenstein. Ich dachte, wir haben das Aerodactyl-Kirjan. Was tust du mir hier an? Ich möchte denn ein Kabuto? Obwohl, Kabuto ist ganz cool eigentlich. Okay. Ach, hier ist der Altbärenstein. Na gut, keine Ahnung. Jetzt können wir anscheinend nur... Ja, man kann anscheinend immer nur eins... ...ja, aus... ja, entwickeln. Klonen lassen, wiederbeleben, wie auch immer man das nennen möchte. Aber trotzdem weiß ich jetzt im Moment nicht, wo wir hier sind. Zinnova-Insel, ich weiß es doch. Hm... ...haben wir denn eigentlich schon... ...haben wir schon den Orden? ...haben wir schon, ne? Tatsache. Ja, müssen... ja, haben wir schon. Umso besser. So. Ich vermute... Dann werden wir mal Folgendes machen. Ähm... Oh. Kann ich fliegen? Wir können fliegen mehr. Hm, okay. Das heißt, wir müssen umdisponieren. Zugriff auf Wessen-PC, auf Bild-PC. Nee, stopp. Nee, doch. Nee, Moment, warte. Moment, so. Das müssen wir jetzt nochmal reaktivieren, das Pokémon. Sonst haben wir ja keinen Flieger mehr. Unser... Unser... Unser Dingens wird ja nicht fertig werden, hier. Unser Aerodactyl. Aber ist ein Tauboss viel cooler als ein Aerodactyl. So. Ja, nun flieg aber auch immer. Danke. Oh, Mann. Echt eine lange Nacht. Beziehungsweise eine kurze Nacht zum Schlafen. Weil... Ach, komm. Soll ich denn eher? Ich war gestern auf einer Einweihungsparty und das ist ein bisschen ausgeart. Das wurde eine richtige Orgie, sonst später noch. Also. Nicht in dem Sinne jetzt eine Orgie. Sondern, ähm... Ja, anders halt. So. Aha. Okay, setze deinen Weg fort. Du, dann werden wir mal den Weg fortsetzen, nicht? Ja, das ist so. Was steht hier immer so dran? In... Ingo-Plateau. Nein. Den Farbohren. Mhm, mhm. Oh, ne, auch noch... Was ist jetzt passiert? Was war das denn jetzt, bitte? Hm? Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Na toll. Na, dann können wir jetzt gleich das Bernstein-Modul, wollte ich gerade sagen, das Bernstein-Modul jetzt geht. Ah. Was war denn das jetzt schon wieder? Dann muss ich jetzt mal das andere ablegen, glaube ich, oder? Haben wir gar nicht mit. Nein! Nicht so... Nein! Oh, jetzt habe ich schon wieder... Nein, okay, das ist ja noch mal. Den alten Bernstein. Gib es schnell her, los, gib es her! Alter Gabber... Alter Gierschlund da. Ja, wo war ich stehengebe? Achso, ja, ich habe auch nur... Ja, knapp fünf Stunden geschlafen. Das ist halt ein bisschen... Ein bisschen wenig, würde ich sagen. So, jetzt haben wir immer noch keinen Flug-Pokémon. Oder wollen wir es mal an... Das kann kein Mirabler. Kikli. Hätte auch was. Oder der... oder er hier. Also, ich würde ja Stein und Ballen behaupten, dass man mit dem die Top-4 gut packen könnte. Ich glaube, der Öster-Town das schätzt. So. Und nochmal das Ganze. Jetzt flieg. Komm mal. Schon wieder das letzte Graspüschel. Das ist doch vorberechnet hier. Das gibt es doch gar nicht. Ein wildes Menki erscheint. Level 4 ist, glaube ich, zu stark für uns. Danke, danke. Okay. Was ist also... Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Gibt es doch gar nicht. Okay, man kann... Gut, das Spiel scheint kaputt zu sein. Oh, das gibt es doch gar nicht. Und nochmal wie es wieder alles... Oh, nein. Hallo. Ich kenne dich irgendwoher. Ja. Nein, und das... Also... Ich sag dazu jetzt nichts. Okay, es wird einige Zeit dauern. Wie lange? Warum hat man hier auch bloß keine Uhr und einen Tag-Nacht-Wechsel? Das wär's. Wie damals sind Pokémon Gold, Silber und Kristall. Das war vielleicht was. Das war richtig cool mit so einem Pokokom oder wie das hieß. Und vor allem die Radiosender. Und da gab es ja diesen mysteriösen Radiosender. Mit den, ähm... Wie heißen die noch? Mit diesen... Mit den Runen da. Mit den, ähm... Mit den schwarzen Pokémon. Wo es ganz viele von gab. Die Runen dargestellt haben. Ah, es fällt mir der Name nicht mal... Es fällt mir der Name nicht mal ein. Und die haben, ähm... Ja, gab's halt dieses Rätsel in irgendeinem Berg dort, in irgendeiner Ruine, wo man so ein Puzzle lösen musste. Und ich hab das damals immer nicht geschafft. Und ich hab das... Ich hab das auch seitdem nicht wieder probiert. Keine Ahnung, was dann passiert wäre, wenn man das richtig zusammengesetzt hätte, dieses Puzzle. Was wollten die jetzt machen? Ach ja, Flieger. Äh, Mann. Ja, man hat ja wieder bis jetzt viel geschafft. Kampfknochen. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja, das heißt, weiß ich nicht, wie wir jetzt weitermachen. Ach so, ich glaub, obwohl... Na, den Orden? Haben wir den Orden schon? Ne, ne, den, den, ähm... Den Bertania-Orden haben wir, glaub ich, noch nicht, oder? Komm, lass mich da durch. Jetzt steht der da wieder im Wege rum. Okay, wieder zurück. Ach, ich weiß... Oh ja, aber die haben die Geschwindigkeit erhöht. Das ist sehr schön. Ich weiß noch, bei Pokémon... Bei den ersten Pokémon-Teilen, da ging das so langsam. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Ja, ist das... Was ist denn los? Was ist denn das bloß? Hm. Das verstehe ich jetzt, aber... Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Kilian... Hilfe! Hm. Nicht, dass der Speyerstein hier noch kaputt geht, oder so. Das wär's ja. Ach so, wir müssen erst mal wieder das... Ach... Das Fossil abgeben. Jetzt hab ich's geschafft. Beim ersten Mal sogar. Bin ja ein bisschen stolz. Jetzt... Jetzt hab ich gesagt. Na, dann nicht. Ich weiß nicht. Was ist denn da... Das tut mir... Okay. Das tut mir leid. Ich weiß nicht. 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 So. Ja, wenn ich jetzt noch was anfange, dafür reicht die Zeit wohl nicht mehr. Dann würde ich sagen, ja, hey, wir haben eine Menge geschafft heute, viel mehr als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und wir sehen uns dann beim übernächsten Mal wieder. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, macht's gut und bis dann. Tschüss!